Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Pandas. Heute mit einem eher kurzen Thema wahrscheinlich, weil ich es aufteilen möchte. Und zwar es gibt mehrere Möglichkeiten etwas zu reshapen. Wir fangen an mit Pivot-Tables. Pivot-Tables sind etwas, das man häufig tatsächlich durchführt, wenn man nur mit kleinen Zeilen von Daten arbeiten möchte. Und sie haben ein bisschen was mit Gruppen zusammen zu tun, deswegen habe ich mir das hier einfach mal rauskopiert. Und sieht so aus. Wir haben ja hier aktuell ein DataFrame, das eigentlich ein bisschen überladen ist. Nehmen wir es mal einfach so wie es ist. Wir haben hier ein DataFrame, das 1, 2, 3, 4, 5 Spalten hat und 4 Einträge. Was wäre jetzt aber, wenn wir eigentlich nicht daran interessiert sind, was für Einträge wir in A und B haben, sondern wir sind eigentlich eher daran interessiert, darauf zuzugreifen, je nachdem, ob es eine Katze oder ein Hund ist und je nachdem, was die Gruppe 2 aussagt. Das nennt sich Pivot-Tables. Und Pivot-Tables lassen sich relativ leicht herstellen. Das heißt, wir sagen hier, ey, ich hätte ganz gerne auf meinem DataFrame ein Pivot-Table ausgeführt. Pivot. Und ihr habt gesehen, da gibt es noch ein Pivot-Bodenstrich-Table. Das benutze ich eigentlich quasi nie, würde ich behaupten. Aber ja, jetzt kann ich hergehen und mir meine ganzen Zeilen neu anorten. Ich mache das ganz gerne in Zeilen untereinander. Also das geht ja in Python zum Glück, dass man hier quasi ein Befehl aufspalten kann. Und das sieht dann so aus. Ich kann mir aussuchen, was soll mein Index werden. Der alte Index fällt weg. Also 0, 1, 2, 3, 4 fällt weg. Ich kann natürlich auch hergehen und sagen, Index ist gleich df.index. Das geht auch, macht man aber eigentlich quasi nie. Normalerweise würde man so eine Art Gruppe nehmen. Das heißt, ich hätte hier jetzt gesagt, ich möchte ganz gerne eigentlich meine Group als, also meine Katzen-Hunde-Gruppe hier oben, die hätte ich ganz gerne als Index von diesem ganzen Kram. So, dann muss ich noch angeben, was hätte ich denn gerne als Spalte? Columns. Und das sage ich denen auch. Und zwar meine Spalten sollen bitte Group 2 sein. Also normalerweise hat man das, wenn man zwei Gruppen hat, die man, oder zwei, ja, zwei Arten, aus denen man Gruppen machen könnte. Also zum Beispiel Nutzer in den letzten 30 Tagen wäre eine Möglichkeit. Da muss man natürlich dann vielleicht noch kleine Berechnungen durchführen oder sowas und das vielleicht in eine neue Spalte machen. Ist alles kein Problem. Wisst ihr, wie das geht? Außer die Sachen mit den Zeiten, das kommt noch. Und ja, jetzt kann ich noch sagen, welche Werte möchte ich denn bitte verwenden? Und meine Werte sind in diesem Fall unter C, weil ich möchte diese mathematischen Zufallswerte haben. Und dann lasse ich das Ganze einfach laufen und bekomme einen Fehler. Und den werdet ihr wahrscheinlich erstmal häufiger mal feststellen. Das liegt einfach daran, dass ich das jetzt gecopy-pasted habe. Aber man muss sich das Ganze so vorstellen. Wir haben Katze A, wir haben Hund A, wir haben Katze B, Katze B, das ist nicht gut, und Hund B. Jetzt machen wir mal Katze C hier draus und dann werden wir sehen, was hier vielleicht eher passiert. So, und hier kriegen wir jetzt plötzlich eine Rückmeldung raus. Warum ist das so? Nun, wenn ich zweimal Katze B habe, dann habe ich natürlich das Problem, also nehmen wir an, ich hätte hier Katze B immer noch drin stehen, ja. Was hier jetzt beim DataFrame passiert oder beim Pivot-Table passiert, ist folgendes. Wir nehmen uns die Gruppe hier, die erste Gruppe, und nutzen die als erste quasi Zeilenindexierung. Das ist ja quasi unser Index geworden. Danach sagen wir, okay, wir hätten ganz gerne hier das da, also die Gruppe 2, als Spalte. So, und wenn ich dann hier diese Werte eintrage, meine NumPyre.random.random von 5, wenn ich das jetzt versuche und das hier eintrage, so wie ich es jetzt gemacht habe, dann habe ich hier quasi Katze A ist der erste Wert. Das wäre Katze A erster Wert. Hund A wäre der zweite Wert, Katze B wäre der dritte Wert oder halt dieser Wert hier, Katze B. Und dann haben wir noch Katze B. Was machen wir mit unserem vierten Wert? Sollen wir jetzt diesen Katze B-Wert hier überschreiben? Schwierig, denn welcher von den beiden Werten ist jetzt hier irgendwie mehr wert als der andere? Das funktioniert nicht, deswegen kam gerade der Fehler. Da müsst ihr aufpassen, den Fehler werdet ihr wahrscheinlich häufiger mal finden. Und wenn ich jetzt hier Katze C eintrage, dann ist klar, okay, Katze C bekommt natürlich meinen vierten Wert und Hund B bekommt meinen fünften Wert. Wunderbar. Und ja, was ihr hier natürlich habt, ist ein Pivot Table. Also das Table sieht komplett anders aus als davor. Ich mache nochmal hier kurz den PrintDF zum Vergleich. Das sieht komplett anders aus. Von diesem Ding hier sind wir runtergegangen und haben gesagt, okay, Katze und Hund sind jetzt hier die beiden Indizes und A, B, C sind unsere Spalten. Also quasi Gruppe 2 sind unsere Spalten. A und B sind dabei völlig unter den Tisch gefallen, weil ich habe keinen Platz für mehr als diesen einen Wert. Ich könnte natürlich hier irgendwie hergehen und meine Values vielleicht sortieren. Aber das kann relativ schnell euch um die Ohren fliegen, weswegen es auch nicht möglich ist. Also ich kann mal kurz hier für euch zeigen, was passiert, wenn ich hier sage, ich hätte ganz gerne mehrere Werte, einmal aus A und einmal aus C, also aus den Spalten A und C. Wenn ich sage, ich hätte ganz gerne mehrere Werte, dann bekommen wir das hier. Das geht schon. Dann bekommt ihr eine multiindexierte Tabelle. Und ja, ihr könnt das machen. Wie gesagt, ihr kennt multiindexierte Tabellen. Da habe ich dann halt, ja, mehrere Untertabellen sozusagen. Was ich nicht machen kann, ist irgendwie die beiden Werte direkt zu vermanschen. Und ich arbeite in den meisten Fällen, würde ich behaupten, danach nur mit einem Value. Aber es ist grundsätzlich möglich. Ihr müsst nur wahnsinnig vorsichtig sein, dass ihr euch hier nicht vertut. Weil wie gesagt, multiindexierte Tabellen sind nicht ganz ohne. Ja, hatten wir ja ganz am Anfang mal. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. So, und warum würde ich das jetzt tun? Nun, das Tolle ist ja, wir haben jetzt hier quasi eine neue Art von Form von dieser Tabelle gemacht. Wir haben wirklich nicht einfach nur gesagt, hey, selektier mal bitte das und dann schmeiß das raus und schmeiß das raus. Sondern wir haben hier wirklich die Spalten und die Zeilen verändert. Und natürlich ist Pivoing, also dieses Pivot Table machen, ist auch anderweitig möglich. Ihr könnt das gerne mal als Übung machen. Wenn wir hier den Pivot Table machen würden, und jetzt würde ich euch empfehlen, wirklich nochmal mit C zu arbeiten. Wenn wir hier von den Pivot Table machen, dann haben wir im Endeffekt relativ schnell, also was heißt relativ schnell. Aber wir können hier quasi sagen, okay, filter mir doch mal bitte nur die Werte C aus. Das wäre so der erste Schritt. Und dann baue mir das Ganze so um, dass das gilt. Nenne mir die Spalten um, die Zeilen um und so weiter und so fort. Es ist aber super, super aufwendig. Und wenn man so mit den Daten arbeiten möchte, geht es so dann doch deutlich schneller. Deswegen nimmt man meistens diese Funktion her. Aber ihr könnt das theoretisch auch nachbauen, ohne die Funktion Pivot zu verwenden. Ja, eine coole Sache, falls ihr mit Daten in dieser Form arbeiten wollt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nächstes Mal gucken wir uns noch eine andere Möglichkeit an, eure Daten zu reshapen. Und bis dann. Ja, ciao. Ja, ciao.